Servus Leute, nächstes Spiel Deutschland gegen Algerien. Lass mal knacken, mein Freund. Ja, gut. Also Deutschland, das erste Spiel war natürlich super, wie es gelaufen ist. Ja, das zweite Spiel, ein bisschen Rückschlag, aber natürlich auch stark in der Nahe und gut gekämpft und dann wieder ins Spiel reingekommen. Blöde Fehler gemacht natürlich, aber im dritten Spiel hat man gesehen, abgesehen von der ganz letzten Minute, da wäre eigentlich nichts passiert im hausdeutsche Tor. Da haben sie super gestanden, vor allem das Spiel total dominiert und gegen den USA hatte ich auch das Gefühl, die haben eben das Tempo bestimmt und sind nicht volles Tempo gegangen, weil sie wussten, eins reicht uns. Und selbst wenn wir noch Tor kassieren, sind wir auch weiter. Und deswegen glaube ich, dass die Kräfte da auch noch da sind, dass man gegebenenfalls, wenn man da einfach hinliegt oder so, dann noch das Tempo verschärfen könnte. Ja, das Spiel gegen den USA war das erste Spiel seit 2002 in der Vorrunde gegen Saudi-Arabien, dass ein deutscher Spieler keinen einzigen Torschuss halten musste. Damals kam heute neue, oder? Ja, war schon... Ich glaube, man hat auch gesehen, dass das USA-Spiel... Ja, da war klar, dass da nicht fairer auswirkt, es war vielleicht keine Stande von Gijon geloadet, aber es war schon schrecklich anzusehen. Die einen wollten nicht, die anderen konnten nicht und dann kam halt das Spiel, warum die erste Halbzeit war schon fast auf dem Niveau von Iran gegen Nigeria, vielleicht nicht, was das Ball wegspringen anbeleuchtet, aber von der Spielqualität war es ja zum Kotzen. Und dann, ich glaube auch, dass wenn der Ball dem Neuer nicht so vor die Füße gefallen wäre, wäre der Spieler von 0-0 ausgegangen. Und das hast du auch gesehen bei Portugal gegen Ghana, da hat Portugal natürlich nicht wirklich angestrengt, die wussten, wir brauchen irgendwie 8 Tore, wenn Deutschland verlieren sollte, und brauchen 5 Tore, wenn die USA verlieren sollten. Ja, da fehlte die Hoffnung, die haben sich auch gedacht, ob das passieren wird, dass da einer noch rausfliegt, wenn Löw gegen Klinsmann erweist. Ja, aber ich finde es sehr vernünftig, dass man eigentlich, warum sollen die volle Pulle sich da reinhängen, wenn die sowieso weiter sind, ja die müssen genauer, die brauchen ihre Kräfte noch. Aber ich finde, man hat nicht nur gesehen, dass die die Kräfte geschont haben, sondern auch, dass die lieber den Ball hintenrum oder seitlich gepasst haben im Mittelfeld, als dass die aufs Tor gespielt haben. Ich habe am Ende so eine Statistik gesehen, wie die Ball besitzt, in welchem Eintrittel, und es war halt im Mittelfeld einfach über 70 Prozent. Also es hätte deutlich schneller sein können. Bei der Ausgangslage, die wussten ja beide, dass ein Monitiden reicht. Ja, also wie gesagt, ich fand es schlecht, das Spiel. Ja, 70 zum Beispiel. Wir haben ja schon Fußball gemacht. Ja, wir hatten uns noch. Ja, da waren wir ja noch nicht geplant. Aber Algerien? Ja, ich weiß nicht. Gegen Südkorea war natürlich super. Aber gut, Südkorea war auch einfach so scheiße, dass die im Waldwacht... Das war ja eine Maßlosenttäuschung. Ich meine, ich habe nicht viel erwartet von denen. Aber es war ja unfassbar, wie wenig die könnten, wie wenig die... Und die haben es ja gar nicht drauf gehabt. Das war ja schrecklich. Und gegen Algerien, wenn man sich ja gedacht hat, okay... Gegen Algerien haben sie ja 4-2 verloren. Ja, weil 5-2 von Algerien. Ja, ja, schon mal irgendwie die schlechten Südkorea war. Russland war auch ziemlich schlecht, muss man sagen. Im letzten Spiel gegen Algerien war das schon konzeptions- und ideenlos. Ich weiß nicht, es waren irgendwie 4 Stunden noch zu spielen. Plus Nachspielzeit. Und die Russland haben nicht anders vorgeschossen. Es war nicht ein Torschuss dabei, die haben den Ball... Ich meine, Algerien hat gut die Räume zugemacht. Aber es war einfach... Nach vorliegten ja gar nichts bei uns nicht. Die waren doch, glaube ich, froh, dass die überhaupt ein Tor geschossen haben. Dass der Ball irgendwie reingeging. Und zwar nur, weil der Abwehrchef von Algerien verletzt draußen war. Oder behandelt werden musste. Und die Lücke da war, dann war das 1-0. Ansonsten war von Russland. Gegen Belgien war es auch schrecklich. Ich meine, die letzte Gruppe hat mich eigentlich enttäuscht von Belgien. Gut, als Geheimfavorit gestartet. Ist immer ein bisschen schwierig, weil der Druck auch vielleicht da ist. Goldene Generation und so. Die haben immerhin alle Spiele gewonnen. Also, Russland enttäuscht, Korea enttäuscht Algerien. Hat ein Spiel gut gespielt, aber ich fand die gegen Russland auch nicht... Also, ich fand Russland halt schwach, aber Algerien war jetzt nicht stark, weil Algerien stark war, sondern weil Russland so schwach war. Also, Algerien zeigt auf jeden Fall eine starke Defensive, finde ich. Und sind auch zwei Standards gefährlich. Und das ist natürlich eine Kombination, mit der man auch durchaus einen stärkeren Gegner schlagen kann. Aber, also ich glaube trotzdem nicht, dass es gegen Deutschland passiert. Also, ich fand Algerien hat auch mit Pressing und so ziemlich gut gemacht. Also, es ist nochmal die Sache, da presse ich jetzt gegen ein total kreativloses, kreativitätsloses Mittelfeld, wie gegen Russland oder Südkorea, die einfach, von denen keine Impulse rauskamen. Oder gegen, sag ich mal, verunsichertes Belgien, da lagen die Algerier ja auch vorne. Oder gegen Deutschland, also gegen einen der Topfavoriten. Also, ich tippe, bei aller Liebe für Algerien, ich sage, wenn das nicht... Ich sage, mindestens ein 3-1 wird es in Deutschland, glaube ich sogar eher aufrichtet. Und 4-1-4-0, glaube ich, dass er da eine Chance hat. Die Deutschen müssen sich hier drauf spielen. Ich sage, der Müller wird versuchen, sein Tor zu machen. Für den Torschützen Krone, für den goldenen Schuh, weil er sich in die Position zu bringen. Auch wenn er gesagt hat, das ist nicht so wichtig. Natürlich ist der WM-Ziele wichtiger, aber das nehme ich doch gerne mit, als erster Spieler in der WM-Beschichte, das Ding verteidigen. Ist schon mal ein Anreiz, ne? Und Klose, denke ich, macht den Rekord auch zu. Wahrscheinlich hat es noch mindestens ein Tor. Und dann sind wir weiter gegenüber der Serie.